Hanielo und recht herzlich willkommen zurück zum ersten Saisonrennen hier in Bahrain an diesem wundervollen... Ich weiß gar nicht, welcher Wochentag heute ist, aber Sonntag ist es hier in Bahrain. Rennen, erstes Saisonrennen, Season 6. Ja, wir starten von der zweiten Position. Max vor uns, Bottas hinter uns und dann gleich beide McLaren. Die McLaren stufe ich ja persönlich sehr, sehr, sehr stark ein dieses Jahr, wenn sie es halt wieder mit ihrer Taktik nicht vergeigen, so wie die letzten Jahre. Da kam es nicht öfters mal vor, dass die Taktik ihnen einen größeren Strich durch die Rechnung gemacht hat, als sie verdient gehabt hätten. Drücken wir so aus. Aber ja, wir müssen schauen, was sie liefern können hier in Bahrain. Die Zeit für Tests und Trainings ist vorbei. Jetzt wird es ernst. Das heißt alles oder nichts hier bei Runde 1 der diesjährigen Formel 1 Weltmeisterschaft. Die Formel 1 kehrt heute zu dieser spektakulären Strecke mit 5,4 Kilometer Länge mitten in der Wüste zurück. Es könnte uns ein strategisches Rennen in Saki erwarten, denn hier leiden erfahrungsgemäß die Hinterreifen extrem. Es wird also darauf ankommen, wie die Fahrer ihre Reifen managen können. Eine neue Saison, ein neuer Anfang und alles ist möglich. Das ist neu. Hier sitzt Stefan Römer, um mit mir den Start eines neuen Jahres in der Formel 1 zu kommentieren. Wir erleben gerade die letzten angespannten Minuten vor dem Rennen. Alle machen sich ein bisschen Sorgen um die Verlässlichkeit der Wagen. Denn beim Training waren sie nicht in den heißen Luftverwirbelungen hinter den anderen Autos unterwegs und mussten auch nicht für lange Zeit Räume nah an der Leistungsgrenze fahren. Hoffen wir mal, dass es für niemanden eine unangenehme Überraschung gibt. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Der junge Superstar Max Verstappen startet. Schumacher macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Sainz, Lando Norris und Gasly, Magnussen, Leclerc, Ocon und Nobuha Huma Tsuchita. Quert, Sete Kamara, Alexander Elben und Russell, Vettel, Latifi, Lance Stroll und Antonio Giovinazzi. Hubert, Aitken, De Vries und Jordan King. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Super enttäuschend ist natürlich der 15. Platz von Vettel. Als Weltmeister von hinten starten tut weh. Aber wir müssen jetzt auch mal schauen, wo wir rauskommen. Weil wenn wir nicht unsere Reifen anschauen, dann fahren wir hier nicht so lange mit, glaube ich. Ja, das könnte interessant werden. Das könnte sehr interessant werden tatsächlich, ja. 14, wir laden mal für 17 Runden. Das sollte passen. Rennen starten. Auf geht's in Bahrain und gleich schauen wir uns auch die Helme an. Für diesjährige Saison gehen wir gleich mal in die Sofortwiederholung rein. Von der Pole startet Max Verstappen. Und Max Verstappen hat einen sehr schönen Helm, der übrigens sehr gut zu unserem Auto passt, finde ich. Dieses Weiß-Rot mit dem Gold sieht nice aus, was Max da hat. Sieht sehr nice aus. Wir gehen eins nach hinten. 33, 22, Schumi mit der 22 dieses Mal unterwegs. Bottas unverändert. Sainz, Norris, Gasly, Magnussen, Leclerc, Ocon. Nichts verändern. Jetzt haben wir hier Auto Nummer 59 in einem roten Helm. Und da muss ich einfach sagen, Matsushita mit diesem roten Helm sieht mega aus im Ferrari. Richtig, richtig cool. Das Rot passt richtig gut dazu von ihm. Mal schauen, ob er diesmal in dem Ferrari die ersten Rennen gewinnen kann. Sehr, sehr cool. Dahinter steht Dani Quert. Die kennen wir schon. Serge Sette kann mal... Oh, fährt mit der 13. Das ist endlich mal eine normale Nummer in Anführungszeichen. Die 13 sitzt jetzt im Mercedes. Und sehr interessant. Der Helm passt eigentlich so gar nicht in das Außen rein. Aber ja, ist okay. Kamara mit der 13. Albon, Russell. Vettel mit der 5. Die haben wir ja auch schon gesehen. Haben wir gestern schon der Thumbnail. Latifi. Und hinten hat sich nichts verändert. Hübert. Immer noch im Alpha. Dann haben wir Eidgen. De Vries. Und King. Ganz hinten. Jawohl. So, dann machen wir uns mal auf die Einführungsrunde. Schauen wir mal an, was wir da gerne machen können. So. Ich bin übrigens sehr gespannt, wie das läuft. No rain expected. No rain expected for the time being. Müssen wir die Reifen auf Temperatur bringen. Wie gesagt, mein Tipp dieses Jahr eigentlich. McLaren. Oder Porsche. McLaren. Alpha Tauri. Die Autos, die ganz vorne landen sollten. Was am Ende rauskommt, sehen wir dann später. Aber ja. Verstappen in dem weiß-schwarz-roten Auto. Muss man sich erst noch dran gewöhnen. Muss sich auch letztes Jahr dran gewöhnen, dass er in Ferrari saß. Dieses Jahr bin Porsche unterwegs. Doch. Wie gesagt, das andere Auto. Und die anderen Autos. Die anderen Helme passen echt gut zu den Autos. Mazajita. Vettel. Mit dem weißen Helm. Im schwarz-gelben Renault geht auch in Ordnung. Verstappens Helm passt super ins Auto. Hier bei der Kurve müssen wir aufpassen. Da kann man sich nicht leicht rausdrehen, wenn wir da blöd auf den Körb kommen. Die ist sehr ausgerüstet mit dem Ferrari-Motor. Das ist ein Porsche. Und jetzt ist er Renault. Wie viele Saisons davor war jeweils ein Mercedes drin. Im Auto. Fehlt also nur noch ein Honda eigentlich. Ein Honda war bisher vom Motorrad noch nicht stark genug. Das ist etwas schneller als Max. Deswegen fahren wir da durch ihn durch. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Leistung der McLaren und der Alfa Tauris. Weil eigentlich sind das so die zwei Teams, die eigentlich direkt nach uns kommen müssten dieses Jahr. Während Ferrari und Red Bull sich dann um 4 und 5 streiten sollten. Während Mercedes gerade mal Platz 6 haben sollte mit Bottas. Weil wenn Bottas so punktet, sollte er immer noch vor Ferrari landen. Sofern Camara und Co. keine großen Punkte einfangen können. Großer Preis von Bahrain startet in Kürze. Auf geht's. Wir kommen gut weg, wie immer. Vorbei am Verstappen, der historisch schlecht startet. Norris und Sainz auf 4 und 5 machen dann die Tür gleich mal zu. Wir kommen da sehr gut weg. Verstappen direkt hinter uns. Gleich mit einer riesen Lücke auf Bottas. Also die Porsche ziehen da vorne gleich mal richtig weg. Zeigen auch gleich hier wieder in Saison 6, wer seit Saison 3 oder seit Saison 3 das Team ist. Was am meisten bestimmt über den Rennkalender. Wobei natürlich diese, die Strecken ein bisschen anstrengender werden für uns. So und auch wir können Verstappen ein bisschen davon ziehen. Verstappen ist natürlich geplant, dass wir ihn zum Weltmeister machen. Zum ersten Mal soll der Holländer Weltmeister werden. Da muss er aber auch selber einiges zu beitragen. Denn von allein wird er das nicht einfach. Und das beinhaltet auch, dass er hier schauen muss, dass er an uns rankommt. Und das Tür abletzt. So, Verstappen saugt sich ran. Setzt an zum überholen. Wir lassen ihn vorbei. Gibt uns da einen kleinen Wackel mit. Deswegen kommt Bottas direkt ran an uns. Dem machen wir direkt die Tür zu. Wer Verstappen hätte da ein bisschen klarer an uns vorbeifahren können, ohne dass uns Bottas direkt im Nacken hängt. Muss man jetzt schon dazu sagen. Weiß natürlich auch nicht, wie stark der Mercedes ist dieses Jahr. Oder wir wissen es noch nicht. Wenn wir die erste Kurve anschauen, nicht allzu stark. Wie gerade da hinter uns ist im Vergleich. Norris und Sainz sind an ihm dran. Werden natürlich versuchen, an Bottas vorbeizukommen. Klar, müssen sie versuchen. Wenn sie nach dem ersten Rennen gleich mal einen kleinen Vorsprung haben wollen. Gegenüber dem Mercedes. Nächster sieht es natürlich ganz anders aus wie bei McLaren. Wie gesagt, Sainz wird die Karriere beenden. Norris ist in Gesprächen mit Porsche. Für die kommende Saison. Sprich, es wäre doppelt wichtig für McLaren Nachfolger zu finden. Und vielleicht dieses Jahr nochmal Entwicklungsschritte zu machen, die das Team nach vorne bringen. Ein Ferrari ist raus und es müsste der Ferrari von Leclerc sein. Nein, es ist ein Renault. Es ist ein Renault. Die Frage, Vettel oder Pferd? Wer von den beiden ist raus? Tippe auf Pferd, weil Vettel auf Papier eben noch hinter Kamara ist. Kamara übrigens auch an Matsushita vorbei. Ich weiß gar nicht, wie das da ausschaut gerade da vorne. Vom Rating her oder von den Platzierungen. Nach 5 bis 5 ist klar. Danach 6, 7 müsste Gasly Magnussen sein. 8 Ocon, 9 Leclerc. Leclerc, 10 Kamara, 11 Vettel, 12 Matsushita. So, die Frage, wer überrascht von den Neulingen? Von Kamara und Matsushita, die beide jetzt, wie gesagt, da eine vor zwei Jahren noch, Free Agent. Und Kamara, letzte Saison noch Free Agent. Jetzt sitzen beide in einem Ferrari und einem Mercedes und fahren hier in Punkte. Kommt aber natürlich dann auch darauf an, wie gut sie in diesen Autos fahren. Weil wenn sie so fahren wie Hubert und dann trotzdem nur in dem zweiten Team landen nach einer Saison, ist natürlich ärgerlich. Auch wenn ich sagen muss, bei Matsushita geht der Schritt zumindest nach vorne nicht, nach hinten. Hubert ist ja von Renault zu Alfa Romeo gewechselt. Was definitiv ja nicht unbedingt karrierefördernd war. So, Max zieht vorne weg, der hat richtig Speed. Aber wir sind ja gewohnt von Vettel und auch von Daniel Wenderman von Renault. So, Bob, das kommt ein bisschen näher an uns ran. Das sollte uns aber egal sein. So, wir haben sie beides. Da schlägt uns die Harten vor. Ne, wir werden die Medien und hoffen, dass es vielleicht doch noch ein Safety gibt. Der Verschleiß ist relativ hoch. Medien sollten wir bis zum Ende durchfahren können. Bei den Harden haben wir es letztlich und relativ viel Zeit verloren. Was aber schaffen, dass wir hier eben durchkommen mit diesem Reifen oder mit dem Medium-Reifen, wäre die Mission schon mal gelungen hier mit 1 und 2. Sainz als auch Norris kommen nicht an Bottas ran. Das bedeutet, dass der Mercedes eigentlich wieder ganz gut funktioniert dieses Jahr. Wie gesagt, zwischen den beiden Teams liegt ja nur noch Ferrari und die Ferrari fahren aktuell um zwei Punkte. Also, wie ich befürchtet habe oder wie ich vorausgesagt habe, dass da jeweils in den großen Teams von Mercedes und Ferrari nur ein Auto ist, was wirklich um die Punkte fahren kann. Bei Mercedes ist es Bottas, die aber so aktuell zumindest durch Camara noch einen weiteren Punkt holen. Bei Ferrari wird es aber nur Leclerc sein. Auch wenn Matsushita die Möglichkeit hat, um Punkte zu fahren, ich glaube nicht, dass er es dauerhaft tun wird. Direkt hinter uns, der ist... Oh, fährt uns da auch direkt rein. Er hat uns auf jeden Fall berührt. Zwei, drei Mal, so. Norris ist jetzt direkt dran an ihm. Ich glaube auch, dass sich Bottas da was kaputt gemacht hat. Ich weiß nicht, ob wir mal kurz in die Sofortwiederholung reinschauen können, ob wir die Szene noch da haben. Ist Bottas Nase beschädigt? Ich sehe es von hier nicht. Sieht nicht so aus. Jetzt zieht er hier innen rein. Direkt neben uns. Ne, er muss zurückziehen. Aber da kommt halt jetzt Norris dann direkt dran. Wobei ich das sagen muss, da hat der Mercedes auch wieder unfassbar gute Speed. So dass Norris da nicht weiter rankommt. Muss man ihn lassen. Aber er wäre auf jeden Fall nicht nötig gewesen, dass er uns da hinten reinfährt. Auch wenn ich die Tür da direkt von der Nase zumache. Aber wie gesagt, es ist Valtteri. Wir kennen ihn. Er war bei unserem Team seit ein Jahr. Und er streckt vor einem Zweikampf nicht zurück der Finne. So, jetzt muss er sich aber trotzdem verteidigen gegen die McLaren. Weil er mal da wieder einige Zeit vor Norris ist, der von 5 gestartet ist. Das ist da anscheinend an Sainz vorbeigekommen beim Start. Sainz versucht ihn jetzt auch wieder anzugreifen. Ich weiß ja nicht, ob das die richtige Taktik ist, die die McLaren da fahren, dass sie sich gegenseitig bekämpfen als... Und Max Verstappen ist raus! Das katzte ich. Max Verstappen ist raus! Und das ist bitter für Porsche. Das ist bitter für Porsche. Das ist ganz bitter für Porsche. Das ist auch ganz bitter für die Weltmeisterschaft. Für Stappen, wenn er dann erste Rente ausdrückt. 4 raus, für Stappen raus. Schöne mal für 20. Nach dem Boxenstopp. Will das natürlich mit dem Mediumreifen durchfahren, klar. Das bedeutet aber auch, dass aktuell Vettel in die Punkte reinrutscht auf Platz 10. Im Renault. Aber super bitter, Verstappen hat so einen Vorsprung gehabt, zack ist er raus. Und auf einmal muss Schumacher schauen, dass er es das Rennen für sich gewinnt. Und das nächste, was natürlich da wieder super ärgerlich ist, bei Verstappen, wie bei Bottas damals in Australien, durch das Ausscheiden verliert er 25 Punkte in der Weltmeisterschaft. Sprich, Vettel hat es letztes Mal in Singapur verkackt, da ist es nicht so schlimm. Aber wenn er jetzt natürlich schon mit 25 Punkten Rückstand startet und jetzt die nächsten Rennen nicht direkten Anschluss findet, kann es halt sein, dass das nichts mit dem Weltmeistertitel wird. Gedenken an Bottas. Gut, Bottas wollten wir nicht Weltmeister werden lassen, das kommt natürlich auch noch dazu. Aber dennoch. So, vermutlich, dass einige Teams jetzt reinkommen. So, wie sieht es aus? Einige fahren aber auch weiter. Und in der Box ist aber zum Beispiel Bottas. Und Bottas hat einen Platz an einem McLaren verloren. Sainz ist vorbei. Bottas mit harten Reifen. Verkalkuliert sich Mercedes wieder. Das war doch letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch schon so. Wo sie Riccardo, glaube ich, da mit harten Reifen rausgeschickt haben. Und Riccardo einfach sechs, sieben Sekunden nochmal verloren hat. Sainz ist vorbei. Also, ein McLaren vorbei an Valtteri Bottas. Wie sieht es mit den anderen aus? Kommt da vielleicht noch ein zweiter vorbei? Wenn Sainz vorbeikommt, kann es auch sein, dass Norris vorbeikommt. Somit wären die McLaren auf zwei und drei. Und würden tatsächlich die Führung in der Konstrukteursmeisterschaft übernehmen, wenn kein Auto mehr ausscheidet. Weil wir alleine können nur auch nur 25-26 Punkte holen. So, wir kommen an Jack Eidken langsam ran. Wichtig zu sehen ist, dass wir so viel Vorschwung auf Bottas haben. Bottas musste richtig Zeit verloren haben durch die Boxenstops hinter ihm. Bei acht Sekunden sind schon ein Ausrufezeichen. So, wir kommen an diese drei Autos ran, die noch nicht in der Box waren. Vor uns sind jetzt alle in der Box. Weiß nicht, ob die noch weiterfahren oder ob es auch reinkommt. GV Nazi fährt weiter. Wird somit die Führung in dem Set. Tamara Albon, Leclerc, Norris kommt raus. Wo kommt Norris raus? Fragezeichen. Vor oder hinter Sainz? GV Nazi übernimmt die Führung im Racing Point. Und Norris kommt... Vor Carlos Sainz raus. Und auch Leclerc ist an Bottas vorbei. Was ist denn das für ein Rennen? Da hinten geht es wieder... Nein, Bottas schafft es noch an Leclerc vorbei. Boah, ganz knapp. Bottas, aktuell vierter Leclerc, somit fünfter. Der kommt somit an beiden Alpha Tauris vorbei. Und auch ein Red Bull ist an einem Alpha Tauri vorbei. Oder kämpft noch gegen einen Alpha Tauri, kann das sein? So, GV Nazi wird es dann gleich auf den Geraden. Keine Chance mehr haben. Gegen Schumacher, der wird es dann gleich gefressen. Und Achtung. GV Nazi macht ihm innen... ...die Tür auf. Versucht zu kontern. Gelbe Flagge. GV Nazi ist raus. Oder? Nein. Hat nur abremsen müssen. Hä? Ganz krumm. Was war jetzt da los? Oh, GV Nazi hat es get... Oh, den hat es gedreht. Den hat es gedreht bei unserem Überholmanöver. Wollte da kontern, kommt dann schon irgendwie auf die dreckige Fahrspur und muss gegenlenken. Deswegen die gelbe Flagge. Aber wie gesagt, wie ich gesagt habe, die zwei McLaren unfassbar stark unterwegs. Und dieses Jahr werden die McLaren auch unsere direkten Gegner sein. Wenn es keiner rausfällt, von der haben wir Doppelpodium von McLaren her. Richtig stark. Bottas fährt wieder her, gejagt von Leclerc, Gasly und Magnussen. Dann... ...ein Red Bull, wenn ich das richtig sehe. Das könnte Ocon sein. Und dahinter Leclerc vorbei an Bord hast, wie ich es gesagt habe. Könnte Ocon sein. Kamara, Vettel, Albon. Ich muss mal gleich mal schauen, wer da noch in die Punkte reinkommt. Auf Albon, das reicht für die Punkte. Matsushita geht auch alles direkt hinter Albon. Aus meiner Sicht sollte es aber beide nicht mehr in die Punkte rein. Ich muss mal gleich auf die Geraden da gucken. Boah, da haben wir uns uns immer ordentlich verbremst. Macht nichts. Rausbeschleunigen, Gas geben. Genau, bis 5 ist noch 6, 7, Alfa Tauri, 8, Camara, 9, Vettel ist der letzte in den Punkten. Also ein Red Bull und ein Ferrari ohne Punkte. Also gleiches Schicksal wie bei uns praktisch. Leclerc holt aktuell 12 Punkte, Bottas 10 Punkte. Da kommen aber noch 4 Punkte dazu von Camaras mit 14 Punkte. Ich muss auch noch sagen, dass McLaren halt richtig abräumt hier. 18 und 15 Punkte, okay, sind 33. Können sie damit die Führung in der Weltmeisterschaftswertung übernehmen. So, Bottas muss jetzt aufpassen, dass er nicht den nächsten Platz gleich gegen einen Alfa Tauri verliert. Weil dann wäre nicht ein Alfa Tauri plötzlich auf Position 5. Und ich kann es euch tatsächlich gut vorstellen, hier kommt er, Achtung, Gasly ist auf 5. Also wie gesagt, dieses Jahr oder zu Beginn dieser Saison, wenig überraschend, die Alfa Tauri ist mal wieder besser als die beiden Red Bulls. Woran das liegt, fragt mich bitte nicht, das kann ich euch nämlich nicht erklären. Ein bisschen weiter raus. Gehen wir wieder auf die Strecke zurück. Alles gut. Jetzt sind wir noch auf der Jagd nach Verstappens Bestzeit. So, Kamara hinter Magnussen. Magnussen hinter Bottas. Magnussen müssen wir natürlich jetzt den sechsten Platz haben. 5 und 6 waren 18 Punkte. Da kommen sie nur 16 Punkte. Aber immer noch mehr als Ferrari. Und Mercedes. Vier Runden sind es noch hier im Bereich Schumacher. Führt das Rennen an. Das wäre der erste Sieg seit Saison 4. Wir haben letztes Jahr kein einziges Rennen gewonnen. Und dieses Jahr scheint es so, als würden wir mit einem Sieg in Bachrhein starten. Die Fahrt nach hinten ist zurückgekehrt bei über 3 Tents a lap. Untertitelung. BR 2018 So, Magnussen, by the way, mittlerweile an Bottas dran. Auch Camara im Windschatten an Magnussen dran. Aber ich behaupte mal, dass die harten Reifen von Bottas den Mercedes negativ in die Karten spüren. Wenn Camara nicht Medium-Reifen drauf hat, wird es auch ihn betreffen. Und zwar so, dass er an Magnussen nicht vorbeikommt. Dann werden fasziniert nur noch in zwei Punkte gekämpft. Ich kämpfe um 2-0 Punkte vor im Red Bull, hinter ihm im Red Bull. Und wir werden jetzt einen guten Eindruck auf 2 und 3 machen. Nächstes Rennen ja in Vietnam, in Hanoi. Da bin ich mal sehr gespannt. Das ist das erste Mal, dass wir auf dem neuen Kurs unterwegs sind. Das ist das erste Mal, dass wir auf dem neuen Kurs, in Hanoi, 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 in Hanoi. Zwei Runden sind so. Das macht Magnussen, schafft es dir, an McLaren, an McLaren, an McLaren, an McLaren, da sie hat richtig Abstand. Das war es doch. Habt ihr das nicht geschafft? Ich hoffe, ich habe das nicht geschafft. So. Kommen wir hier bitte verstappen, haben da die schnellste Runde gefahren. Das heißt, wir nimmt aktuell einen Punkt, kommen wir raus. Ist natürlich blöd. so die williams setzen sich vor die haas um einen racing point das racing point ausgerechnet giovinazzi ist der auf 19 unterwegs ist aktuell da hat es uns aber auch was erwischt jetzt das ist aber auch vor den beiden haas also die haas fahren einfach hinterher letzte runde dieses ersten grund ist dieses jahr schnellste runde konzentriert bleiben vielleicht kriegen wir die 26 punkte noch wer so so wichtig fürs team werden so so wichtig fürs team mit ihnen kriegen das sektor ist rot aus marknussen hat den platz an kamera noch verloren nicht in die andere richtung geschafft fettel ist am red bull vorbei das heißt er kriegt zwei punkte es ist egal schumacher gewinnt das erste rennen in wareien bitter natürlich für max verstappen das ausscheiden fahrer des tages sebastian vettel von 15 auf 9 also stefan was hat heute da draußen den unterschied das war ein echter team sieg aber was ein ausrufezeichen von mclaren zwei und drei der fahrer hat alles getan was von ihm erwartet wurde um den plan des teams perfekt umzusetzen ein glänzendes meister auf 9 dass das hier ein echter teamsport ist also mich hat dieses spektakuläre rennen schon ziemlich ausgelaugt aber ich bin mir sicher dass die fahrer darüber nur lachen können sie haben richtig hart gearbeitet und heute hier stehen zu können und es ist schön zu sehen dass es sich für sie gelohnt hat mclaren wird den ansprüchen gerecht schauen wir uns an welche auswirkungen dieses ergebnis auf die fahrerwertung schumacher übernimmt die führung in der fahrermeisterschaft also stefan lass uns darüber sprechen wir heute zu den kandidaten für den fahrer des tages zählen ich muss sagen dass sebastian vettel mich heute mit seiner beeindruckenden fahrweise echt gefesselt hat kommen wir zu den konzerteuren mclaren verdrängt den bisher führenden und übernimmt die kontrolle in der meisterschaft also stefan damit endet ein weiteres fantastisches rennwochenende vielen dank an alle die mit dabei waren wir sehen uns beim nächsten mal so jetzt haben wir schwarz auf weiß alfa taurie und mercedes beide mit 14 punkten in die saison gestartet ja leclerc stark von 8 auf 4 kamera richtig stark im ersten renn von 12 auf 7 vettel von 15 auf 9 respect red bull enttäuscht matsushita enttäuscht im ferrari von hinten stroll 13 russell 14 und 15 mit hubert eidken 20 von 20 schon hat auf 16 latife von 16 auf 17 giovinazzi 18 18 und devris und king kommt noch das ausscheiden von verstappeln und quiet nach vorne 21 27 3 weit entfernt und trotzdem noch mal schneller als norris und co wow die mclaren werden auf jeden fall den ansprüchen mehr als nur gerecht wenn wir uns das anschauen 33 punkte nach rennen 1 das wird unser direkter gegner und wie ich prophezeit hatte alfa taurie auf drei gut aktuell punktlich mit mercedes kamara hat bewiesen dass er auf jeden fall besser mit mercedes zurecht kommt als matsushita im ferrari das bedeutet dass für mich mercedes hinter diesen drei top teams auf jeden fall drei top teams dieses jahr alfa taurie mclaren porsche sein wird ferrari wird dahinter gegen renault und red bull kämpfen dürfen um platz fünf während ich glaube dass die letzten vier teams mal wieder ohne punkte bleiben mal wieder betonung auf mal wieder ja ja es ist wie es ist ich bin gespannt auf das zweite rennen in hanoi wir brauchen noch kurz ein thumbnail und ich glaube es ist wäre gar nicht so schlecht wenn wir als thumbnail die zwei mclaren benutzen die hier nämlich allen ansprüchen gerecht geworden sind definitiv definitiv allen ansprüchen hier also das ist was die geleistet haben in diesem rennen ganz ganz stark ganz ganz stark aus meiner sicht die szene noch mal drin mit juvinazzi das war jetzt direkt der duel mit bottas das war jetzt der crash mit bottas gleich ja ja es ist uns dann schon hinten drauf gefahren da müsste uns hinten drauf gefahren sein wir da lenken wir ein ja ja ich versuche das auf die andere seite rum und dann muss man halt vom gas gehen weil man sieht dass wir da deutlich besser in die kurve reinkommen und dadurch kamen auch die anderen näher ran so das war schon ich will gleich die szene mit juvinazzi kommen so jetzt kommen wir wieder gegen juvinazzi und jetzt sehen wir es gleich wir ziehen innen vorbei wie kommt denn der entschleudern weil er kommt nicht er bleibt nicht an uns hängen er bleibt nicht an uns hängen aber er muss irgendwie hier entschleudern kommen das ist ganz ganz krumm die szene weil er berührt uns nicht wir haben ihn nicht berührt hier zack aaaaaaah doch er berührt uns schon und zwar am hinterreifen und durch den kontakt mit unserem hinterreifen sagt das auto nö da mache ich nicht mit kompanion das kannst du ohne mich machen und zack kommt er ins schlingern tja dann wissen wir es ja aber starkes starkes erstes rennen von uns und auch von den mclan die großartige leistung da draußen ich nehme an sie sind recht zufrieden damit es geht doch nichts über einen sieg auf dieser strecke habe ich recht klasse das war dann alles wie gesagt die nächsten saison auf takte sind auch in bahrain bei f1 20 21 sieht das wieder ein bisschen anders aus aber ja vettel plus zwei wir plus fünf verstappen schaltet leider aus somit haben wir nicht die volle punktzeit erreichen können ja und jetzt kommen wir zur runde zwei zum ersten mal nach hanoi zum ersten mal dürfen wir in vietnam fahren wird glaube ich schon ein großer unterschied die wöchentlichen sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden kosten gut profit aber ja ich bedanke mich fürs zuschauen sagt chamanv bis zum nächsten mal hier bei f1 20 20 иться ach 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 Bis zum nächsten Mal.